Musik Ladies and Gentlemen und Divers, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Z. Heute an diesem wundervollen Montag, in der die Hitzewelle Deutschland aufbrechen wird. Es wird heiß, meine Damen und Herren. Haltet euch bereit und kühl und habt genug Trinken dabei. Trinken ist wichtig. H2O ist einer der größten Bestandteile des Körpers. Also wenn du auf Wasser stehst, stehst du eigentlich auf andere Menschen auch. Was? Achso. Die bestehen nämlich aus größten Teilen zu Wasser. Ja. Nee, aus größten Teilen zu Wasser. Du kannst auch eine Saftkur machen, dann nimmst du auch viel Flüssigkeit zu dir. Ja, die Saftkur war ein tolles, also wirklich, Jen, was du jetzt dabei gedacht hast, war ja prima. Ja, das mach ich nie wieder. Kann ich nicht empfehlen. Okay. Kann ich nachvollziehen. Ja, äh, wie geht's dir? Äh, mir geht's super. Ich hab keine Saftkur gemacht. Ich habe normal weitergelebt in meinem Daily Business, könnte man sagen. Nee. Äh, wie nee? Also, nee, wirklich? So, also, nee. Ja. Ich habe sehr viel Zeit mit mir selber verbracht. Ich habe neue Hörbücher für mich entdeckt. Ich hatte eine angenehme Woche. Das freut mich. Sehr viel Sport getrieben. Sehr viel Rennen gefahren. Glaube ich schon wieder zwei Kilo runter. Also, prima. Krass. Ja. Und selber? Ja, gut. Ja, also, wir haben eine Saftkur gemacht. Haben wir uns dazu entschieden, uns Säfte zu bestellen für jeweils sieben Tage. Weil wir dachten, ja, das muss schmecken. So, ich habe, ich bin immer so, oh, schön Instagram. Oh, oh, Saftkur. Oh, ja, die berichten darüber. Oh, es scheint anscheinend zu schmecken. Ey, wo lass mal eine Saftkur machen? Yo, let's go. Schön bestellt. Ja, lass direkt sieben Tage machen. So, vielleicht ist das ja was Geiles, weil ich will meinen Heißhunger unter Kontrolle kriegen. Es fackt mich ab. Ich bin so viel am Essen, Essen, Essen. Und so eine Saftkur kann ja bestimmt dazu helfen, dass du deinen Heißhunger unter Kontrolle kriegst. Ja, dann waren die Säfte da. Und man hat dann gesagt, wir fangen jetzt morgen damit an. Wir haben den ganzen Kühlschrank aussortiert und ausgeräumt und alles. Und ganz viel Wurst dann und an Lazy verfüttert. Die hat sich gefreut. Und dann haben wir angefangen. Insgesamt waren es sieben Säfte und vier Shots. Und dazu hatten wir so einen Plan gehabt. Das heißt, den ganzen Tag, den ersten Tag nichts essen und uns nur von Säften ernährt. Alle zwei Stunden ein Saft. Und bei jedem zweiten war ein Shot dabei. Und es war das ekligste, was ich ernährungstechnisch in meinem ganzen Leben gemacht habe. Von sieben Säften waren zwei in Ordnung. Der Rest hat einfach nur nach Erbrochenem geschmeckt. Kann ich nicht empfehlen. Sättigungsgefühl war tatsächlich da. Dadurch, dass du ja die Säfte nicht wegächsen musstest. Sondern immer wieder so ein bisschen dran sippen, 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 sippen. Deswegen war nicht so dieses, oh, ich habe so ein Mega-Hunger-Ding da. Aber du hast gemerkt, wie die Laune einfach nur in den Keller gefallen ist. Also, ich war, 16 Uhr war ich die Krähe des Lebens. Alter, ich hatte so schlechte Laune gehabt. Und ich hatte noch ein Fotoshooting gehabt. Und dass ich dann irgendwann, als ich dann abends auf dem Heimweg war, 21 Uhr gesagt habe, ich stelle mich gleich in den Reiskocher und mache mir erst mal geil Reis mit Gemüse. Das Schöne war, ich habe das Essen sehr wertgeschätzt. Also dadurch, dass ich den ganzen Tag nicht gegessen habe, habe ich so wertgeschätzt, diesen ungesalzenen Reis mit Karotten, Möhren und Brokkoli einfach nur so zu essen. Das war geil. Und ich muss sagen, seitdem ich das gemacht habe, das klingt jetzt halt so weird, aber nach einem Tag nur Saft, ernähre ich mich aktuell viel bewusster als davor, weil ich den ganzen Tag irgendwas in mich reingestopft habe. Ja, ist schön. Also hat das die etwas unangenehme Erfahrung doch was Positives gebracht. Ja, voll. Das ist schön. Voll. Also hat es sich ja im Endeffekt doch gelohnt. Ja, man hätte auch für einen Tag holen können, aber, ne? Ja, Jennifer, du bist ja immer so entweder ganz oder gar nicht. Ja, wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe in unserem Haus und das Haus hat sich dann daran bedient. Das ist ja kein Problem. Ah ja. Ja. Und die haben sich darüber gefreut, ja? Die haben sich gefreut. Denen schmeckte das auch? Denen schmeckt einiges, aber nicht alles. Aber ein paar Säfte haben wir selber noch für uns da. Also die, die schmecken. Also Toro zum Beispiel trinkt, glaube ich, noch drei Säfte am Tag oder vier sogar. Ah, ich trink, also ich hab, ich mach jetzt momentan, was ich morgens mach, ist so, ich mach dieses Koffein-Hey-Wach-Dingens-Star. Ne, nicht Koffein-Hey-Wach-Mit-Zitrone und Limette mach ich immer morgens in mein Sprudelwasser rein und trink das dann jetzt über den Morgen. Das ist recht geil. Ähm, ja. Aber ich hab da tatsächlich, dadurch, dass ich die Fressattacken jetzt nicht mehr durchsetze, hab ich auch, äh, anderthalb Kilo jetzt in, ich glaub, einer Woche abgenommen. Das ist doch schön. Das Ding ist, viele fragen, also denken sie, warum willst du denn jetzt abnehmen? Ist doch cool, dass du zugenommen hast. Ja, aber bei mir ist das Ding, mich stört nicht dieses Äußerliche, ich hab zugenommen-Ding. Was mich wirklich stört, ist dieses, ich spüre meinen Bauch. Ich merke im Sitzen meinen Bauch. Ich merke im Liegen meinen Bauch. Ich, weißt du, es stört mich. Also mich stört diese, diese, diese zwei Ringe an meinem Bauch. Das hatte ich vorher halt nicht. Und ich find das geil, dass ich zugenommen habe, aber mich nervt, dass das alles an den Bauch geht und sich nicht so verteilt, wie ich es gern hätte. Und deswegen mach ich grad so viel, ähm, auch für die Ernährung und auch, um mich allgemein fit zu fühlen und so und auch dieses Sportgedöns, weil ich mich, es nervt mich, es nervt mich höllisch, dass ich die ganze Zeit meinen Bauch merke. Ist ein guter Motivator. Ja. Welcome to my life übrigens. Ey, das ist ja, weiß ich nicht. Also ich hab da noch nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte immer so, ja, Menschen nehmen einfach ab, weil sie sich äußerlich nicht im Reinen sind. Nee. Aber es ist ja, es ist so störend. Ja. Das zwickt die ganze Zeit und dann weißt du nicht, ziehst du jetzt die Hose über den Bauch oder unter den Bauch. Achte mal auf Menschen, die das hier die ganze Zeit machen. Damit die sich das T-Shirt aus den Bauchrillen rausziehen? Nee, weil sie es unangenehm finden. Ja. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass Menschen grundsätzlich sich erstmal nicht wohlfühlen. Und da kenne ich auch einige, die das immer gemacht haben. Krass. Ja, das ist so ein Indikator, wo du nicht unterbewusst, das hab ich letztens gerade gelernt, sondern so automatisiert dein Körper dir vermittelt so, ey, das ist nicht mein Ding so. Oder die Kleidung passt nicht. Oder du fühlst dich unwohl. So wie so eine, ist ja, T-Shirt ist ja wie so eine zweite Haut so. Das hab ich immer nur, wenn ich so sitze beispielsweise. Bei mir ist das dann einfach so, weil sich das dann hier vorne so hinzieht quasi. Aber bei mir ist es wirklich auch schon automatisiert drinnen, weil ich halt früher, ich krieg meinen Bauch gar nicht mehr so weit raus, aber mein Bauch war früher so weit nach vorne, dass das dann halt immer so beschritten hat. Das muss doch so nerven, oder? Was? Also, ich weiß nicht, weil ich glaub, wenn man ein bisschen dicker ist oder Männerbauch ist ja allgemein so ein ganz rundes Ding. Bei mir ist es ja eher so ein welliges Ding. Warum ist das, wo ist der Unterschied, ab wann wird der rund und wann ist er wellig? Weiß ich nicht. Inwiefern stört so ein Kugelbauch? Mich stört das auch. Ja, das interessiert mich. Ich merk das bei mir zum Beispiel. Ja. Wenn ich einen Tag mal irgendwas esse, was nicht cool ist. Ja. Also sagen wir mal, es gibt einen Tag irgendwann mal Pizza oder sowas. Ja. Dann, du merkst sofort, wie aufgebläht dein Bauch ist. Ja. Also, du kannst eine ganze Woche, du kannst richtig viel essen. Ja. Aber du isst jetzt Gemüse, also wie bei mir Wraps und Haferflocken und so. Du bist gut gesättigt, aber dein Bauch bläht halt nicht auf. Ja. Und dann hast du einen Tag oder zwei Tage, wo du sagst, ich hab das sogar, nur eine Handvoll M&Ms. Da merkst du das schon. Das ist so krass, wenn du auf dich selber irgendwann hörst, weil es nicht verkehrt ist, dass du das isst, aber dein Körper sagt dir schon so, nee. Das hatte ich gestern bei den Waffeln. Ja, ne? Ich hatte das gestern zum ersten Mal. Du hast das langsam einprogrammiert. Ich hatte das vorher nie gehabt. Ich dachte, mein Gott, also gestern, also nochmal für die, die jetzt nicht so, wir haben gestern, ich glaub, 10 Stunden, 11 Stunden miteinander gezockt. Ja. Und gestern irgendwann, ich glaub, 17 Uhr hab ich mir Waffeln bestellt und da waren Erdbeeren, Bananen und Oreo-Kekse drin. Und dann war ich fertig und dann saß ich auch hier und dachte mir, oh, scheiße, das war nicht gut. Oh, oh, nee, irgendwie fühl ich mich nicht gut. Du hast... Ich weiß nicht. Du hast den Punkt erreicht, wo du dich selber endlich kontrollierst. Ja. Du hast den Punkt durch, ich weiß nicht, deine Saftkuh oder whatever, was auch immer da passiert ist, aber du hast den Punkt für dich erreicht, wo dein Körper dir jetzt sagt, mhm, mhm, weil du hast verstanden, was er dir sagen will. Vorher wusstest du nie, was er dir sagen will, aber jetzt verstehst du, was er dir sagen will. Das ist voll krass. Das ist ja das Stimme. Bei mir ist wirklich so ein kompletter Umschwung. So, ich war ja wirklich, ist mir egal, ich esse den ganzen Tag, was ich will, weil ich hab Bock und Schokolade und Pudding und dies, das, Waffeln, wow. Das war mal so geil. Früh aus Langeweile, jo, 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 jo. So, und dadurch hab ich dann dieses, okay, ich will mich jetzt gesund ernähren, aber es hat nicht funktioniert. Ey, mein Körper die ganze Zeit gesagt hat, gib mir, wo ist das, wo ist das Essen, was du mir eigentlich den ganzen Tag zuführst. Das war schwer, das ist immer noch schwer. Das ist wie Drogen. Also sagen wir mal, du hast früher die ganze Zeit Fanta getrunken, Mountain Dew und so Zeug. Ja. Und du legst es ab, dann ist das für deinen Körper wie Drogen. Das schmeckt eklig. Ja, ich weiß. Ich hab gestern, wir haben so viele Kästen mit Limo, mit Cola und so und ich trinke jetzt, glaube ich, wieder, ich trinke so lange Wasser und gestern dachte ich, im Kühlschrank steht so eine geile Orangenlimo. Ja, nimmst du mal. Oder ich trinke so und denke so, oh, das schmeckt aber gar nicht, das ist so süß. Ja, weil du, weil du deinem Körper halt programmiert hast darauf zu sagen, ey, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ey, voll krass. Ich schmeck so richtig intensiver, seitdem ich das alles so ein bisschen mich dazu zwinge. Auch bei Heißhunger esse ich jetzt Apfel und so, das hilft auch tatsächlich. Also der Apfel besiegt den Heißhunger meist über drei Stunden. Ich, ja, ich beobachte gerade mein Hungergefühl und meinen Körper, das ist sehr spannend tatsächlich. Die meiste Zeit isst man eh aus Langeweile. Voll. Vor allem wenn man am PC sitzt, das ist ja, wow. Ja, du isst aus Langeweile. Das ist wie mit jeglichen anderen Tätigkeiten. Rauchen zum Beispiel ist auch irgendwann Langeweile. Ja? Ja. Bei mir ist das ganz extrem. Wenn ich so Tage habe, wo wirklich wenig los ist und, sagen wir mal, nicht wirklich viel kommt hoch, dann rauche ich aus Langeweile. Krass. Aber richtig viel dann auch. Ja. Und das ist, also zum Beispiel letztes Jahr, da war ich sehr viel unterwegs und hatte sehr viel zu tun. Ich habe so wenig geraucht wie noch nie in meinem Leben. Noch, also ich war wirklich so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, da hat eine Schachtel vier Tage gehalten. Ich habe jetzt gerade, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht viel los kann. Ja. Und in meinem Haus aber auch wirklich nichts mehr isst, was ich machen kann, kommt Langeweile auf. Da geht eine Schachtel schon mal an einem Tag bis zwei weg. Ich würde das gerne nachvollziehen können, dass man davon abhängig ist oder aus Langeweile das zu sich nimmt oder so diese Nikotin sucht. Es ist wie bei dir mit Zucker, das ist nichts anderes. Also was du vorher aus Langeweile, die Oreos oder was auch immer, das ist genau dasselbe Gefühl. Das ist genau dasselbe Gefühl. Aber die Coca-Cola Zero ist jetzt nicht zu süß für dich? Davon trinke ich eine Flasche am Tag. Und das ist für mich, also ich nippe, früher hat die vielleicht, keine Ahnung, zehn Minuten gehalten. Ja. Und jetzt ist es für mich immer mal so Sippen, damit man mal so ein bisschen was Süßes hat. Okay. Aber nee, ist nicht zu süß für mich. Es schmeckt aber auch, es kommen auch immer mehr zu dem Punkt, wo ich sage, nee. Ja. Ich verbiete mir das halt nicht, das ist ja wie mit M&Ms auch so. Wenn ich mal Bock auf M&Ms habe oder irgendwas anderes, dann schmeiße ich mir das ja auch rein. Ich glaube, da ist auch dann das Ding, wo man sagt, okay, also es soll ja Spaß machen, so eine Ernährungsumstellung auch allgemein oder Sport oder was für sich machen. Und ich glaube, wenn man sich zu sehr einschränkt, macht das irgendwann keinen Spaß mehr und dann gibst du komplett auf. Einschränken ist auch, also zumindest meiner Ansicht nach, ist einschränken das Falscheste, was du machen kannst. Ja. Weil das, dein Körper, sobald du anfängst auf deinen Körper zu hören. Ich habe auch Wochenenden, wo ich sage, okay, jetzt gönne ich mir mal ein Eis. Guck mal, gestern habe ich ein Eis gegessen. Ja. Ich habe mir gestern eine Pizza bestellt. Ja. Und ich habe zwei von den Flaschen Cola getrunken. Abends, als ich ins Bett gegangen bin, hat mein Körper mir schon gesagt, Alter, nee, hau ab mit der Scheiße, willst du mich verkackeiern? So ist ja schön, dass du das hier reinwirfst, aber nee, lass mal gut sein, ey. Reicht es für heute auch. Genau. Und das schmeckt ja auch alles. Ist ja nicht so, als wenn man das nicht isst, weil man darauf keinen Bock hat, so. Ja. Aber solange du das zulässt und dein Körper dir danach sagen darf, so, lass mal lieber, dann ist alles fein so. Voll. Weil wenn du dir anfängst, das zu verbieten, hast du noch mehr Bock da drauf. Ja, voll. Wenn du, aber wenn du, wenn du dir, wenn du jetzt irgendwas isst oder so und du bist satt, aber du hast was auf dem Teller, isst du das auf und trinkst dir das rein oder nicht? Ich habe gelernt, wie viel ich essen kann. Naja, aber angenommen, du bist irgendwo essen. Das ist eine Riesenportion. Also, ich muss dazu sagen, das letzte Mal, dass ich von Essen wirklich richtig müde war, also so, dass mich das komplett weggebeamt hat, ist bestimmt schon zwei oder zweieinhalb Jahre her. Ja. Also, ich kann wirklich Mengen essen mittlerweile, die, also ich kann bestimmt pro zwei Mann essen, locker, ohne dass mich das weghaut. Also, ich esse immer, ich esse so gut wie immer auf. Es gibt selten, also, es gab, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Fall, wo was liegen geblieben ist. Ich frage mich halt immer, wenn ich halt so super satt bin und ich denke mir, ach, wo hast du was auf dem Teller? So, weil dieses Prinzip, man muss immer aufessen, dabei man ja sonst das Essen nicht wertschätzt. Aber wenn dein Körper sagt, ich kann nicht mehr, ich bin satt, irgendwie stopft man sich da trotzdem rein. Das habe ich nicht. Ist das dann so, dass es dann dazu führt, dass der Magen auch erweitert wird? Ja, aber das habe ich nicht mehr. Aber das ist an sich nicht gut, oder? Nee. Generell solltest du das so einteilen, dass es für dich passt, so. Ja, aber manchmal kannst du es halt nicht kontrollieren, wenn jemand anders kocht oder du bist essen oder so. Das ist richtig, das stimmt, ja. Aber bei mir ist das nicht mehr vorhanden. Voll krass. Ja. Ich habe mir hier auch schon immer, also seit der Ernährungsumstellung und seit dem vielen Sport, habe ich mich gefragt, wo ist denn jetzt eigentlich so der Punkt, wo du drüber bist? Also es ist ja kein Sättigungsgefühl, sondern du bist drüber, wenn das eintritt. Ich habe wirklich mal Tage gehabt, da habe ich fünf Korollanen reingeschoben, Kartoffeln, Kuchen und weiß ja gar nicht, noch drei Flaschen Wasser dazu. Und es war nicht so, man wird ja dann träge und müde, aber das habe ich überhaupt nicht mehr. Also ich habe so das Gefühl, durch dieses ganze Sportding ist mein Kreislauf und meine ganze Verarbeitung so hochgedreht, dass das einfach weggeht. Ja, es wird halt einfach direkt verarbeitet. Bei mir ist es mittlerweile sogar schon so krass, das habe ich jetzt gerade übrigens, just in dem Moment. Ja. Ich habe gestern echt viel gegessen. Ja. Ich habe jetzt Hungergefühl, also ich habe aber richtiges Hungergefühl, wo mein Magen schon sich zusammenzieht. Weil du den gestern richtig vollgepumpt hast? Ja, genau. Und jetzt hat mein Körper das aber, glaube ich, auch schon, also zumindest verstehe ich meinen Körper so, hat er das durch und er möchte jetzt gerne was Neues haben. Was machst du, ist dann gar nichts? Ich trinke jetzt erstmal Wasser, dann reicht das. Dann mache ich mir nachher was zu essen. Okay, aber nicht mehr oder so, sondern wie immer. Ich esse ganz normal wie immer, ja. Okay. Also ich habe wirklich so Tage, wo ich mal einen Ausreißer habe und das ist für mich okay, wenn ich sage, ich habe Bock darauf, aber ich esse jetzt nicht mehr oder will auch nicht mehr essen, weil es reicht ja für mich. Okay. Also ich habe ja durch das ganze Rumexperimentieren für mich herausgefunden, was reicht und was nicht reicht. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade so den Punkt erreicht, wo ich sage, ey, ich möchte gerne noch so fünf bis zehn Kilo will ich noch runter haben. Also habe ich mein Frühstück zum Beispiel ein bisschen minimiert. Ich habe meine Wraps zum Beispiel auch minimiert, von der Füllmenge her und es geht jetzt auch so weit, dass es nicht mehr drei sind, sondern am Ende zwei und das reicht dann völlig zu. Was machst du in deinen Wraps rein? Sehr viel Salat, Käse, manchmal, also irgendeine Soße, entweder Tzatziki oder irgendwas anderes, Zwiebeln und ein bisschen Mozzarella. Aber sind das nicht so Sachen, wo man dann sagt, davon kannst du eigentlich essen, wie viel du willst, davon wird man nicht dick? Kannst du, das ist richtig. Ja. Aber damit programmierst du ja dir selber auch wieder ein, dass du so viel essen kannst, wie du willst. Okay. Ja, 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 verstehe. So und wenn du einmal für dich deinen Grundbedarf gefunden hast, also natürlich ist hier nichts ausgerechnet und natürlich ist das nicht wissenschaftlich niedergelegt oder so. Ich gehe halt nach Körpergefühl. So wenn ich sage, abends ich esse drei Wraps, ich fühle kein Hungergefühl mehr, habe genug Juice bis morgen früh, dann reicht das aus. Wenn ich sage, ich kann mit zwei gehen, zum Beispiel in der Zeit, also ich habe ja jetzt 40 Kilo, habe ich ja runter und in der ersten Zeit habe ich zwei Wraps gegessen, am Tag zwei. Und dann zum Frühstück, weiß ich nicht, halt, sag schnell, also mein tägliches Frühstück mit Haferflocken. Und das wurde immer mehr dezimiert, bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, hier wird es schon kritisch. Also kritisch heißt dann, wenn du so nach zwei, drei Stunden nach der Mahlzeit schon wieder so einen Downer hast. Ja. Und dann immer ein Stückchen draufgelegt und das hat halt dazu geführt, dass in einem Jahr halt 40 Kilo weggegangen sind. Krass. Und das wird immer mehr. Also mein Körper baut immer mehr noch ab, also ich verliere immer mehr Fett. Bei mir ist es so, dass meine Adern mittlerweile schon aus den Armen rauskommen. Ich habe selbst an den Beinen kommen die Adern raus, weil ich so viel Fett verliere. Ja, und Muskeln liegen ja auch viel. Ja. Das ist richtig übel. Der BMI ist auch totaler Stoß, oder? Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Ich mich auch nicht. Ich habe nur letztens im Stream gesagt, oh, ich möchte mal meinen BMI aus. Und alle meinen halt instant, der ist totaler Stoß, weil jeder hat ja eine unterschiedliche Muskelmasse. Und wenn du halt, wenn du mich jetzt zweimal nebeneinander stellst, einmal ich ohne Muskeln, einmal mich mit Muskeln, dann kannst du ja nicht sagen, ob das jetzt irgendwie übergewichtig ist oder nicht, weil die Muskeln viel wiegen. Also ich nehme gerade aktuell nicht viel ab. Ich habe aber bis auf meinem Bauch auch nicht mehr so viel an meinem Körper dran. Was machst du denn? Also was macht man denn so exzessiv für Übungen, dass man abnimmt? Gar nichts. Du lebst im Kaloriedefizit. Das heißt, du isst weniger, als du verbrauchst. Und wenn man viel schwitzt, ne? Viel schwitzen ist ja nur Wasser verlieren im Grunde genommen. Und dadurch, dass wir ja so viel Wasser im Körper haben, macht das natürlich was aus. Du verlierst dabei aber kein Fett, kein Körperfett. Achso. Ah. Bei mir ist ja so, also ich schwitze ja wirklich exzessiv. Bewusst auch und gewollt auch. Ja. Das ist bei mir... Weißt du was geil ist? Mein Schweiß riecht nach nichts mehr. Ich kann wirklich... Also vielleicht hast du irgendwann mal, hast du die Möglichkeit dazu. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, mal deinen Schweiß zu riechen. Genau. Ja, diese, ja? Ja, Nils, ja. Ja, Nils. Nein, aber bei mir ist es wirklich so fancy mittlerweile und das finde ich so schön. Ja. Weil ich würde, also mein Körper schwitzt halt viel, kann ich nichts dafür. Ja. Also du kannst halt abends Sex haben und die ganze Bude läuft einfach komplett von oben zu unten. Ich kann aber aus der Dusche, äh, nicht aus der Dusche, aber ich kann auch aus der Garage rauskommen und ich stinke nach nichts. Nicht mal unter den Achseln oder so? Krass. Echt, ich schwitze den ganzen Tag und ich stinke nicht. Krass. Das ist einfach so großartig und ich weiß noch nicht, warum, äh, warum das, äh, passiert oder was da drin ist, aber ich habe auch nicht mehr diesen salzigen Geschmack im Schweiß. Mein Schweiß schmeckt nicht mehr nach Salz. Einfach die Schweißdrüsen durchgespielt. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mir das körperlich nicht erklären, weil das halt einfach... Ja. Das übersteigt meine Kompetenz so, aber es ist schön zu beobachten. Cool. Ja. Aber abnehmen ist halt Kaloriendefizit, ne? Ja. Also das ist scheißegal, was du für sportliche Übungen machst da so. Ja, ja, ich merke das auch ganz toll, wie gesagt. Also ich, ich esse ja aktuell halt, äh, sehr bewusst. Ich habe morgens mein Frühstück, da habe ich, äh, äh, ein Brötchen oder momentan gehen wir viel auf Roggenbrot rüber. Ich esse morgens eine Scheibe Brot mit einem Spiegelei, trink dazu irgendeinen Saft oder so. Dann hab ich mittags oder so gegen 14, 15 Uhr, äh, aktuell viel Reis und, äh, einfach nur Gemüse aufkochen und dann abends noch eine Kleinigkeiten Apfel oder so. Aber es ist krass, äh, tatsächlich, wie man dadurch abnimmt. Also ich habe das jetzt bei mir gemerkt, in der Woche schon. Fühlst du dich dadurch geistig vitaler? Ja, auf jeden Fall. Ist doch krass, ne? Voll. Also es ist nicht so, dass ich mich, also ich, ich bin nicht so, wirklich, ich gehe nicht an den Spiegel und sage, oh mein Gott, boah, ich habe abgenommen. Es ist so ein, oh, ich fühle mich irgendwie so, so, ja, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Einfach bewusst und, äh, frischer im Kopf. Ja. Guck mal, ich kann, ich kann, ey, ich kann jetzt morgens, ich habe dir immer gesagt, oh, jetzt, ich kann nicht so früh aufstehen, weil ich streame immer bis 2, 3 Uhr. Ich hab, ich war bis halb 3 heute Nacht wach oder so und ich bin trotzdem halb 9 heute morgen aufgestanden. So, das hätte, das ja, im Leben wäre das vor 4 Wochen oder so, das hätte nicht funktioniert. Niemals. Das freut mich sehr für dich, dass du diese Erkenntnis gewonnen hast. Ja, das ist, das ist schön. Das ist schön, auch sich so zu experimentieren, jetzt so mit Essen und so, was ist geil. Nicht so dieses, dieses Denken, ich weiß, dass das, ich kann mir immer noch vorstellen, es gibt viele, die immer noch mein Denken von vor ein paar Wochen oder Monaten haben, die sagen, ich lass mir doch nicht verbieten, was ich esse, ich esse doch, was ich will und wann ich will, ich lebe nur einmal. Ja, so denke ich auch immer noch und so habe ich auch sehr lange gedacht und ich gehe nicht von diesem Denken weg. Aber, das ist ja ein Unterschied, ob du das machst, weil du irgendwie dich der Gesellschaft anpassen willst oder weil du das machst, weil du denkst so, boah, ich fühle mich irgendwie geiler, wenn ich, wenn ich meinen Körper erkunde, erforsche und irgendwie darauf höre, ey, er sagt nach der Waffel, es war so richtig, jetzt weiß ich beim nächsten Mal, wenn ich denke, boah, geil Waffel, bestelle ich mir nicht geil Waffel, weil ich weiß, danach ist wieder, boah, gar kein Bock, Alter, was habe ich mir hier zugeführt, boah, nee. Mach die Waffeln einfach selber. Ja, oder so, ja, 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 das ist cool, es macht Spaß. Das Schöne an der Sache ist, man lebt nur einmal, ist ein sehr guter Punkt, wenn du aber dein Leben einmal lebst und du lebst es, wie sagt man, in einem Downer und das ist immer verbunden mit einem Downer, hast du auch nicht so viel von deinem Leben. Das heißt, sagen wir mal, du hast jeden Tag Bock auf Pizza und du gönnst dir jeden Tag eine Pizza und ich möchte euch da draußen nicht die Pizza malig reden. Okay, also absolut nicht. Esst, was ihr wollt, so, is all good. Du isst jeden Tag eine Pizza und du knallst dir jeden Tag irgendwie auch noch einen Döner rein. Du hast jedes Mal, kommst du abends nach Hause, ballerst dir das in den Schädel rein und du hast den Downer aus der Unterwelt. Du liegst auf dem Sofa, gammelst nur rum, was dein gutes Recht ist. Du kannst dein Leben gar nicht in vollen Zügen genießen, weil dein Körper eigentlich gar keinen Juice hat, in vollen Umfängen dein YOLO-Leben zu genießen. Ja. Du kannst dir einen Döner reinknallen. Aber danach bist du erst mal wieder so... Danach hast du auf jeden Fall erst mal eine Stunde oder zwei, bist du weggeblieben. Das ist so krass. So, das heißt, wenn du bewusster lebst, hast du viel mehr Energie, dein Leben YOLO zu leben. Ich dachte immer, das wäre normal. Ich dachte, das ist selbstverständlich, dass du nach dem Essen immer so... Wirklich, ich dachte, das ist die Normalität. Absolut nicht. Absolut nicht. Das ist die Normalität, damit ich den nächsten Tag in vollen Zügen genießen kann. Und das macht so viel aus, also diese ganze Ernährung oder bewusster seinen Tag zu gehen, macht so viel aus, weil das Leben so viel schönere Facetten hat, als sich einen Döner reinballern. Und Döner ist geil so. Ja. Don't get me wrong. Und Burger ist auch geil. Wenn du EFOR hast, so, oh, morgen mache ich so einen richtig geilen Netflix-in-Chill-Tag, boah, geil, dann kannst du das machen. Das habe ich zum Beispiel auch gar nicht mehr. Nee? Nee. Das gibt mir überhaupt nichts mehr. Hm, ab und zu hat man ja, also ich schon, ja. Also selbst bei mir ist so, also zumindest ist es so, wenn ich auf dem Sofa liege, dann tue ich das, um meinem Körper Ruhe zu geben und ich muss mich wirklich dazu zwingen mittlerweile. Also ich muss auch meinem Körper erlauben, sich zu regenerieren, aber selbst dann holt mich das echt nicht mehr ab. Das ist so unbefriedigend. Ja, das ist wegen deinem undekorierten Wohnzimmer. Ah ja, das ist es wieder, ja. Also da ist der Komfort ganz unten, wie bei Sims 4. Wenn da keine Deko ist, da ist alles rot. Nur ein paar schöne Kerzen und so, dann geht das alles, ja. Okay, Jen. Magst du mein Wohnzimmer dekorieren, danke. Ja, bitte. Ja. Okay, dann. Können wir ein Ultimatum setzen, wenn du bis Ende des Jahres keine Herzenss da machst, die das gerne machen würde, dann mache ich das nächste. Ja, du kannst auch jetzt schon kommen. Das brauchen wir das Ultimatum. Ja, ich mache das. Das Ultimatum brauchen wir nicht setzen, weil it's not gonna happen. Das weißt du genauso gut, wie ich das weiß, Jen, okay? Okay, also du weißt ja noch mehr, als der gemeine Zuhörer. Ja, aber nee, also nee, ich weiß, dass es gibt so diese Phasen, da ist man sehr verzweifelt vielleicht, nee, nicht verzweifelt, aber da ist man so, hofft man irgendwie so und da kommt aber keiner und irgendwann sagt man sich so, ach, es gibt einfach keinen passenden Deckel zu meinem Topf. Ach nee, ich gebe es auf. Ich will auch nie heiraten und keine Kinder, es gibt keinen. Doch, das gibt es. Nur nicht jetzt und jetzt will man das auch nicht hören, jetzt realisiert man das auch nicht, aber irgendwann vielleicht. Irgendwann vielleicht. Ich bin super gespannt, Jen. Ich auch. Nein, du darfst nicht gespannt sein, weil du dich nicht darauf fokussierst. Ich darf darauf gespannt sein. Ich fokussiere mich da nie drauf. Gut, dann sei nicht gespannt darauf. Bitte? Dann darfst du nicht gespannt sein. Also kommst du trotzdem dekorieren jetzt? Ich komm trotzdem. Und wir machen das Ultimatum nicht, weil drauf geschissen? Okay, also ich sag dir was und wohin und dann machen wir. Ich bin ganz gespannt, Jen, was du da jetzt machen willst. Ja. Ja, aber dann kann ich ja meine Mutter noch einladen, die macht dann mein Schlafzimmer. Du, ganz ehrlich, ich bin ja, ich bin wirklich so ein Typ, Typ Mensch. Können wir bitte Tau auch einen Raum geben? Nein. Nein, bitte nicht. Wobei, wobei sein Büro schön ist, aber das wirst wahrscheinlich du mehr als die Hälfte davon gemacht haben. Nee, tatsächlich nicht. Er hat die Tapete selber rausgesucht gehabt. Den Automaten hat er von mir. Aber gut, er hat ja auch mehr oder weniger die Hilfe von der Innenarchitektin gehabt. Ja, also siehst du. Also hat er davon gar nichts gemacht. Also hat er davon einfach gar nichts gemacht. Aber das wäre cool. Da kommen wir mal so einen Tag rum und dann wird da einfach rundum Schlag gemacht. Ich würde das einfach mal gesehen. Ja, erstmal muss man ja so erstmal... Ja, dann muss ich ja... Dann muss man erstmal eine halbe Stunde in dem Raum sitzen und nichts sagen. Und erstmal so diese Räume um sich herum wahrnehmen, wie sie dich aufschlingen und denken... Okay, dann müsste das und das und das. Ich sehe bei dir irgendwie so im Wohnzimmer sehe ich so ein Weinrot, so ein Dunkelrot irgendwie. Aber mit so einem Rahmen drumherum, so einem weißen Rahmen. Und dann schön mit so schwarzer Deko oder weiße Deko dazu. Das würde gut sein. Also das heißt, ich müsste ja auch neue Möbel kaufen, neue Sofa und so und so. Ja, dein Sofa ist jetzt nicht so... Ey, nichts gegen meinen 30-Euro-Sofa, was ich von meiner Ex-Freundin gezockt habe, okay? Also das Sofa ist jetzt nicht so... Naja, reden wir nicht drüber. Weißt du, da sind wir aber auch wieder an einem Punkt, wo ich sage, ey, ich will dafür gar kein Geld ausgeben. Ja, das verstehe ich. Ich wusste, dass du das sagst, weil du bist ja in der Hinsicht ein Minimalist und sagst, du brauchst diesen ganzen Kleideradatsch gar nicht. Dir reicht dieses Sofa und das reicht, weil es erfüllt die Funktion. Ja. Ja. Ja, aber manchmal muss man auch was für sein geistiges Wohl tun. Mein geistiges Wohl ist total toppy. Naja. Oh, okay, okay. In welche Richtung geht das jetzt hier? Nein. Okay, ich bin... Obwohl ist das geistige Wohl nicht on fleek, jetzt geht's los. Es ist immer überall Luft nach oben. Ich finde das so schön, dass du als auch Milchbaum sehr oft diese Sachen droppen. Strahle ich das aus, dass irgendwas nicht passt? Nein, aber es ist für mich immer, wo ich sage, egal wie selbstsicher man ist und wie sehr man sagt, boah, ich bin die beste Version meiner selbst, es ist immer Luft nach oben. Das ist absolut korrekt, aber denkst du, dass eine Einrichtung meines Wohnzimmers das ändern würde? Äh, ja, das gibt dir nochmal einen schönen Pluspunkt für Gehirn, für Geist, für Seele, für Balsam. Mann, ey, ich will das so gern machen und dann will ich von dir wirklich nach zwei Wochen hören. Jetzt sag mal, hast du denn jetzt aktiv einen Unterschied wahrgenommen? Das interessiert mich so sehr. Ich habe übrigens mein Wohnzimmer mal, äh, nee, mein Schlafzimmer mal umgestellt, mitten in der Nacht. Und, warum hast du das gemacht? Da war jemand involviert, der das vorgeschlagen hat und es war gar nicht so verkehrt. War geil, ne? War dann irgendwie so ein kleiner Tapetenwechsel. Das ist schon nice, ich kenne das, ich glaube auch viele, ich glaube viele kennen das, gerade wenn man, wenn man früher bei den Eltern gelebt hat und so, man hat immer mal sein Zimmer umgeräumt. Nee. Du nicht? Ich habe, nee, ich habe das noch nie gemacht, Jen, das hat für mich noch nie wirklich so eine große Rolle gespielt. Oh, es ist so geil, wenn du einfach nur, einfach nur dein Zimmer umräumst. Einfach, oder wenn ich jetzt überlege, ich meine, das würde jetzt zwar, wäre nicht so geil, ach, wenn ich jetzt irgendwo einen Schrank umstellen würde, das würde es direkt so anders sein. Und dann guckst du die ganze Zeit dahin und denkst so, boah, geil. Also ich kann das, ich kann das definitiv nachvollziehen, äh, woher du kommst und warum das so ist. Ja. Aber hau ab mit der Scheiße. Nee. Ja, wirklich, also bei mir ist das, meine Mutter, selbst meine Familieninie, die macht das auch. Ja. Die können, die können ja alles machen, was sie wollen. Wirklich. Also du kannst auch, wenn du hierher kommst, sagst du einfach, was gekauft werden soll und dann kannst du das machen. Boah. Es ist für mich wirklich, es ist so belanglos. Du musst aber auch zugeben, wenn das dann gemacht ist, dass es doch nicht so, weil falls du es verspürst, kannst du sagen... Definitiv, also ich kann definitiv danach immer sagen, ja, das war schön und das ist toll, dass ich das gemacht habe und das ist auch was bewegt, aber für mich sind das wirklich so belanglose Dinge. Ist egal, aber wenn es was schon bewegt hat, ist das schon mal was Gutes. Definitiv, du, definitiv, auch, dass meine Mutter meine Küche umgeräumt hat, war sehr schön und sehr hilfreich und total toll. Ja. Ich würde das selber niemals machen. Genauso wie ich mir kein neues Sofa kaufen würde. Ah. Niemals. Ich finde auch weiße Wände so schrecklich. Meine ganze Bude ist weinig. Ah, ich weiß. Ich würde hier nicht streichen. Also man freut sich halt irgendwie so richtig, also klar, man freut sich auf zu Hause, aber ich habe mich erst hier zu Hause gefühlt, wo Farbe an den Wänden war. Ich kann das definitiv nachvollziehen. Also wenn ich bei Leuten zu Gast bin, also ich bin ja das eine oder andere Mal schon bei jemandem zu Gast gewesen. Ja. Also ich verspüre auch diesen Vibe, der da ist, das ist so, boah, geil, voll schön, aber für mich zu Hause ist das so irrelevant, weil ich sehe das in meinem Haus. Oder ist das für dich so irrelevant, weil du es noch nie hattest? Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil du vermisst nichts, was du nicht hattest. Ja, aber ich lebe halt minimalistisch. Ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn es gemacht ist, du dann sagst, irgendwann sitzt du dann abends im Wohnzimmer, guckst dich um und denkst so, ah, ist das hier schön. Ich sitze so selten. Ja, dann sitzt du öfter im Wohnzimmer, wirst du sehen. Ich sitze halt mehr draußen. Ja. Es ist auch im Winter irgendwann. Auch im Winter sitzt du draußen. Ja, okay, dann, Mann. Wie gesagt, ich verstehe, ich verstehe, was du, du darfst das gerne machen, Jen, okay? Geil. Du darfst das gerne machen, du darfst dich da austoben. Meinetwegen können wir auch gerne einen Vlog draus machen, damit das für dich auch noch irgendwie ein bisschen Spaß macht oder so. Ich sag dir gleich, du sagst das, ich mach das. Ich diskutiere da auch nicht rum. Also ich will da gar nicht lange rumdiskutieren und irgendwelchen Käse machen und rumflattern und dies, das, Ananas, sondern du sagst das, wir machen das, fertig. Weil das sind für mich wirklich Dinge, die sind so belanglos. Das heißt nicht, dass sie danach nicht schön sind und ich das nicht wertschätze, aber in diesem Prozess werde ich mich nicht einmischen, weil das nicht mein Jam ist. Geil. Okay, okay. Oh, dann kann man Tapete bei dir ranklatschen. Tapete möchte ich ungern haben, weil Tapete muss ich danach wieder abmachen. Musst du die nicht einfach nur abziehen? So einfach ist das nicht, Jen. Oh, wir haben auch Tapete. Streichen, cool, okay. Oh, und dann so schön mit bei dir, okay, wenn du keine Tapete, dann so eine Schwammtechnik so rein. Ein Tag, hast du gesagt, ne? Das wird noch gut. Ja, fünf Tage vielleicht. Okay. Das wird cool. Dann nehmen wir natürlich noch Toro mit und dann kannst du dich da mit Toro in die Ecke setzen und können wir was trinken und ich mach das. Ja, mit Toro in die Ecke setzen, ja. Ja. Das funktioniert bestimmt super gut. In den Toro setzt man es in deinen Racing Rig da. Ja, okay. Schön. Haben wir das geklärt. Chat, Chip it and Clip it. Zuhörer meine ich, Entschuldigung. Naja, zum Glück ist das ja für immer jetzt auf YouTube. Ich bin gespannt. Das ist schon geklippt. Cool, freu ich mich. Machen wir mal. Wisst ihr, was das Gute ist, die Zuhörerwelt da draußen? Jen hat gar keine Zeit für sowas. Deswegen brauche ich mir gar keine Sorgen machen und willige auch einfach ein. Also für Dinge, auf die ich richtig Bock habe, habe ich Zeit. Chat, Zuhörer, Innen. Wart mal ab. Wart mal ab. Muss ich schon sparen jetzt, ganz groß? Nee, tatsächlich bin ich bei sowas sehr minimalistisch. Also ich mag es nicht, außer für dieses Sesselding da. Das Sesselding hat viel Geld gekostet. Es ist viel zu viel Geld, aber ich wollte es doch eigentlich zurückschicken, aber Lazy liegt die ganze Zeit drauf, also will ich es ihr einfach lassen. Ich hasse es für Möbel, sauviel Geld auszugeben. Also ich bin eigentlich in der Hinsicht sehr minimalistisch, außer in meinem Streamingzimmer halt, weil es ist halt einfach Ästhetik, Büro, kann ich absetzen etc. Aber selbst der Schreibtisch hier, ich war so geizig. Ich wollte so einen riesen Schreibtisch haben und überall, also das ist ja, ich glaube 2,50 Meter ist der breit oder 3 Meter und der geht ja in die Tiefe. Wie weit ist der tief? 90 Zentimeter, glaube ich. Also sehr, sehr, sehr prachial. Überall, wo du so einen dicken Schreibtisch kaufen willst, kostet das locker 1500 Euro. Und ich habe gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Und dann hat mir jemand gesagt, du brauchst ja einfach nur eine Küchenplatte holen und Beine. Ja, jetzt habe ich für das prachiale Ding, glaube ich, insgesamt 300 Euro bezahlt. Easy peasy. Ja, das ist von mir auch so. Ja, wusste ich nicht, dass das so einfach ist mit so einer Küchenplatte und so, keine Ahnung. Also das Ding hat schon viel gewogen. Das war schon echt eine Arbeit, das umzudrehen und dass er das einlasiert hat und so. Aber ist geil. Lieb ich. Nö, aber sonst kostet eigentlich der ganze Rest nicht so viel. Ne, mag ich nicht. Meins auch nicht. Aber ich muss mir ja ein neues Sofa kaufen, habe ich schon gehört. Ja, das auf jeden Fall. Also für den Sofa, rechne mal, also für den Sofa würde ich nie mehr als 1000 Euro ausgeben. Ich hätte gerne so ein richtig, also wenn ich eins haben könnte, würde ich so ein richtig schönes, großes. So in die Breite oder von der Sitzfläche? Ja, von der Sitzfläche. Oh, das ist richtig so. Aber so über Ecke oder nur eins? Ja, so wie euer. Am besten wäre sogar so viereckig, dass man in der Mitte was ausziehen kann, dass es wie ein Bett ist am Ende. Also du meinst wie so ein U. Ja, genau. Ja, und dann genau, ja, das ist auch geil. Ich überlege gerade bei dir, ah, so viel, warte mal, wo hast du denn das? Ah, so ein großes Wohnzimmer hast du gar nicht. Würdest du mich verkackeiern? Und wenn du drei Schränke rumschiebst, dann passt es ja wohl bei den Riesendenken. Ja, aber es ist schwierig mit einem U bei dir, also ich würde bei dir eher so ein L machen, auch da, wo das gerade... Nee, U passt doch. Vitrine weg und dann kannst du das doch da hinstellen. Ja, stimmt, die Vitrine ist unnötig. Was? Und dann so ein schönes, so ein schönes Hängesideboard und Fernseher darüber hängen, so schön mit Kabel kann er, dass du das Kabel nicht siehst, dann schön LED. Musst du mir jetzt einen neuen Fernseher kaufen? Was hast du für einen Fernseher? Ich habe einfach nur so einen 40 Zoll Fernseher gefunden. Ja, das ist okay. Also Fernseher muss auch nicht immer so teuer sein, finde ich auch Bullshit. Ich weiß immer, ich habe einen riesen Fernseher im Wohnzimmer. Wie viel Zoll hat denn der? 82. Ja, so der war, der war damals echt günstig für die Größe. Ich glaube, ich habe damals 700 Euro bezahlt oder 600 Euro. Was? Der war so günstig. Ähm, und immer wenn ich Besuch habe, so, ähm, so, ja, oh, der Fernseher ist nicht gut. Ah, nee, der hat keinen, der ist nicht, äh, ich weiß nicht, wie das alles heißt. Der ist nicht OLED oder irgendwas, keine Ahnung. Ich habe ja hier die, ich habe die, die guten TVs mit, äh, hier LG OLED-Dingens da. Und der ist halt wirklich günstig. Der ist einfach nur schön groß. Aber ich brauche halt nicht so dieses Mega-Bild oder so. Es ist halt ein Fernseher. Der ist groß und der war günstig. Was will ich mehr? Also für Fernseher muss man auch nicht so viel Geld ausgeben. Nee, deswegen. Hänge-Sideboard, TV drüber, schön, LED-Stripes hinten, schönes Bild oben drüber. Schön mit, äh, Kerzen links, rechts dann noch so. Vielleicht so einen, so einen schwarzen durchgehenden Streifen noch durch die, durchs Wohnzimmer. Kann man auch noch machen. Ah, ja. Schön Teppich noch. Oh, so ein Flauscheteppich. Oh. Das wird gut. Mozart, it's coming. Oh, ich glaube, wenn deine Mutter das jetzt hört, ist sie, dann freut sie sich auch. Ja, meine Mutter. Vielleicht macht die noch mit und dann sagt sie, ja, das ist gut. Weißt du, meine Mutter soll ich auch noch einladen? Ja. Und dann du und meine Mutter? Ja. Okay, it's a deal. Dann kann das nur krass werden. Meine Mutter hat auch so eine richtig schöne Wohnung. Ja? Also die ist wirklich, ja, die ist total schön eigentlich. Ja, aber guck mal, das ist halt, es ist so geil, wenn du einfach eine geil eingerichtete Bude hast. Ja, aber ich brauche für was denn? Für mich alleine? Nein, aber, ja, Selfcare. Jenny, ich bin immer so, für mich alleine ist so, ja, aber Selfcare, das ist doch egal. Das ist für dich auch eine Form der Selbstliebe, weil du dir was Gutes tust. Eine Form der Selbstliebe ist, dass ich jeden Morgen in der Garage gehe. Das ist, als ob du jetzt in die Badewanne gehst und dir eine Badebombe da reinschmeißt. Ich habe keine Badebomben. Warum hast du keine Badebomben? Was soll ich mit einer Badebombe? Oh, Nils. Jen. Das ist gut für die Haut. Ja, aber ich habe keine schlechte Haut. Na, aber es ist, es ist schaumig. Ja, okay, damit das, und jetzt? Schaum ist scheiße. Schaum ist scheiße, weil du... Gehst du baden ohne, ohne, ohne Zeug für die Wanne? Ja, manchmal mache ich da einfach Duschbad rein. Kein Schaumbad? Ich habe Badespaß da, aber das ist halt so ein Standardzeug. Also, ich finde das unangenehm, wenn du einfach nur Wasser in die Wanne machst und das ist so... Oh, nee, das ist so... Nee, da muss Badeschaum rein. Minimalistischer Lebensstil. So schön rose oder so, oder hier diese kleinen, diese Ölflächchen. So Entspannung und so. Oh, dann wird das Wasser blau und das riecht so gut. Oh. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen? Kann ich fühlen? Okay. Ja, beim nächsten Mal bitte so Öl kaufen. Glaub mir, das ist schön. Ich habe keine Ahnung, wo man so einen Scheiß kriegt. Das kriegst du überall. Das kriegst du beim Edeka, das kriegst du beim DM. Überall. Diese kleinen Fläschchen. Oh, das ist so schön. Da gehe ich ja immer dran vorbei, glaube ich. Geh mal nicht dran vorbei. Da gibt es doch so richtig geil... Ich weiß nicht, ob du eher so abends badest oder morgens. Das ist unterschiedlich. Oh, und da musst du dir mal so dieses Lavendelzeug holen. Und wenn du weißt, du gehst gleich ins Bett und du gehst vorher baden, kipp dir mal diese Viertel oder halbe Ölflasche Lavendel rein. Oh, du wirst danach merken. Wenn du dich ins Bett legst, ist alles so... Oh, und dann schläfst du ganz schnell ein. Schläfst schon fast in der Wanne ein. Und schön heiß. Bist du eher so der heiße Bader oder so in der Mitte? Kommt drauf an. Im Sommer kann ich nicht ganz so heiß baden wegen Kreislauf. Achso, okay, verständlich. Okay. Ich glaube, allgemein... Ich glaube, ich habe wahrgenommen, dass Frauen allgemein heißer baden als Männer, ne? Kann ich nichts... Weiß ich nicht. Ja, ist tatsächlich so. Also, gefühlt... Also, Männer in meinem Umfeld immer so... Ja, nur so lauwarm, warm. Und immer, wenn ich Mädels frage, richtig schön heiß, dass es dampft. So... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich damit noch nie so auseinandergesetzt. Okay. Gut. Wir sagen Bescheid. Kann ich nichts Großes zu sagen zu diesen Badethematik. Gut. Ich bin froh, dass ich überhaupt schon baden gehe. Ich habe jahrlang nicht gebadet. Echt? Ne. Nie. Hier ist man nur duschen? Ja. Oh, bei mir ist es im Gegenteil. Ich hasse duschen. Ich finde duschen geil. Oh, duschen ist langweilig. Ich mag... Wieso ist duschen langweilig? Naja, weil baden ist so... Oh, Mann. Da geht es zu zweit duschen. Das ist nicht langweilig. Nein, jetzt... Wir reden jetzt hier von einer einzelnen Person. Ja. Vor allem auch duschen zu zweit ist... Ne. Was? Das ist auch nicht schön. Also, wenn wir die Leute jetzt... Sex sind ja duschen. Das ist so geil. Ne, ist nicht geil. Dann hast du, glaube ich, noch nicht... Ne, das kommen wir nicht da. Mir ist das einfach unangenehm. Mit dem ganzen Wasser und so. Und dann... Da kommt mir immer so Wasser noch ins Gesicht. Und dann habe ich Wasser im Auge. Und das ist doch... Ne. Ich hasse es, wenn Wasser im Auge ist. Das tut weh. Dann hast du, glaube ich, einfach unglaublich beschissen geduscht mit deinem sexuellen Partner. Ist wirklich so. Ich hatte schon öfter Sex in der Dusche mit mehreren Sexualpartnern. Dann hast du unglaublich beschissen scheiße Sex in der Dusche gehabt. Ist wirklich so. Aber, weißt du, ich hasse das, wenn... Du hast nasse Haare oder so. Und dann rennt dir so ein Tropfen hier runter. Ins Auge. Oder die Dusche läuft da und dann geht's ins Auge. Oh, das ist so... Ich hasse. Ich hasse. Du sollst ja auch nicht die Brause angucken beim Sex. Ne, aber es passiert ja, dass da mal ein Tropfen reinkommt ins Auge. Ja, fuck. Was machst du da? Du sollst Sex in der Dusche haben. Also, dann kann ich das natürlich nachvollziehen, dass Menschen das nicht mögen. Hä? Ne, weiß ich. Ist nicht so meins. Also, du sollst ja auch nicht unter dem Brausekopf stehen, währenddessen du Sex hast. Ey. Okay. Mal platt. Also, ich hab da andere Erfahrungen gesammelt. Ja, weiß ich nicht. Aber Duschen alleine ist doch auch... Also, ich mag Duschen sehr, sehr gerne. Abgesehen davon, dass das eine sau unangenehme Reibung ist, wenn Wasser im Spiel ist. Ja, du sollst ja auch nicht 45 Stunden Sex haben. Ja, ist trotzdem unangenehm. Oder auch genauso wie im See oder so. Immer wenn Wasser in Verbindung ist. Ironisch dazu, dass mein erstes Mal im Wasser war. Okay. Ich bin direkt in die Vollen gegangen. Ja, mein erstes Mal ging auch ins Wasser. Es war einfach... Ach so, ging ins Wasser. Ja. Verstehe schon. Das Wortspiel. Okay. Wow. Ja, schön. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so dein Gedankenbild ist, aber für dich ist immer der sexuelle Akt, äh, die Penetration im Sinne von Penis, Vagina. Aber nur, also Sex allgemein ist ja viel mehr als nur das. Ja. Also beispielsweise, nur mal so, nur mal so ein Hirngespitz. Du stehst unter der Dusche, ja? Ja. Er steht hinter dir und legt seine Arme um dich und befummelt dich quasi. Nee. What the fuck? Nee, das ist Wasser überall. Ja, ist doch schön warm. Nee. Ist doch voll wohlig. Oh, nee. Okay. Ja, muss ja nicht, also... Und dann ist man noch länger unter der Dusche und dann kriegt man so Schrumpelfinger. Jen, du sollst doch da auch nicht fucking 45 Minuten in der Dusche stehen. Es geht doch da um Berührung und Intimität, die du aufbaust. Ja, aber das muss ich nicht in der Dusche machen. Okay. Ey, 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 muss ja auch nicht. Das ist sehr so. Muss ja auch nicht. Also mir ist noch nie Wasser in die Augen gekommen. Noch nie. Also ich weiß nicht, was du da machst. Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch... Dusche ist halt groß. Ja. Oh, oder ganz unangenehm sind auch diese Regenduschen. Oh, wenn es direkt straight von oben runterkommt. Oh, nee. Dann muss ich immer... Wenn hier so der Bereich vom Regenduschen-Ding ist, gehe ich immer davor und mache meinen Kopf nach hinten, dass ich Haare waschen kann. Ja, ich habe so eine kleine Macke mit Wasser. Ja, nee, ist ja auch okay. Also jedem das seines. Fein, okay. Okay, okay, okay. Ich bin wasserscheu aufgewachsen. Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass mein Vater und mein großer Bruder mich immer ins Wasser geschmissen haben, obwohl ich nicht schwimmen konnte. Das kann durchaus so sein. Ich glaube, das kann ein bisschen unterbewusster damit zusammenhängen. Ja, klar. Ja. Gut. Haben wir das... Haben wir das Duschthema auch geklärt. Das Duschthema ist geklärt. Wohnungsthema auch. Ernährung und Sport auch. Ey, wir rattern ja heute durch. Spitze. Ja. Also, es geht voran. Ja. Du hattest aber trotzdem noch eine Kleinigkeit. Ich hatte noch eine Kleinigkeit tatsächlich gehabt. Oh, ich habe mir keine Kapitelmarken aufgeschrieben. Es sind noch vier Themen gewesen. Aber in die Zeiten habe ich mir auch nicht... Naja, also mach einfach Kapitelmarke Privates. Es tut mir leid, es gibt keine Kapitelmarken. Ich liebe das. Ich muss ja nicht sagen, ich denke manchmal so, Kapitelmarken. Aber ich würde es ja mir nicht sagen, wenn es so lustig ist, wenn es dann... Ach, scheiße. Ja. Und ich kriege jetzt wieder von den Zuhörern da draußen das einbeinige Pack wieder. Ha! Wieder keine Kapitelmarken. Ha! Hoffentlich. Hoffentlich. Scheiße. Nein. Ähm. Genau, folgendes. Ähm. Ich habe schon wieder ein bisschen Sorge, dass halt schon wieder die Leute sagen, ach, das ist doch... Jetzt macht die schon wieder aus einer Mücke einen Elefanten, weil ich das Feedback jetzt öfter bekommen habe. Ähm. Und zwar ging es mir explizit... Ich habe jetzt, ähm, mitbekommen... Also, ich bin nicht so ein Fritz-Meinecke-Followerin. Bin ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe mir noch nie einen Stream angeguckt oder irgendwie. Ich habe mir damals so zwei, drei Folgen Seven vs. Wild angeguckt. Ah, ist cool. Äh. Ich habe nur mitbekommen, dass, äh, er, ähm, ein YouTube-Video gemacht hat. Wie, äh, irgendwie... Ich glaube, der ist irgendwie 2400 Kilometer gefahren oder so. Hat ein Titelbild gehabt von einer, äh, Frau, die leicht begleitet war auf der Straße und mit einem zensierten Gesicht. Und, ähm, da... Der Titel hieß... Ficky, 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 5 Euro. 2000, bla, bla, Kilometer unterwegs. Denk ich so, hä? Na, 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 guck mal das Video an. Okay. Und an der eine Stelle, da fährt er halt in diesem anderen Land an dieser Frau vorbei. Filmt die noch, wie sie leicht begleitet an ihm vorbeiläuft, während er auf dem Fahrrad ist. Und dann so ganz lustig in die Kamera, äh, Ficky, Ficky, 5 Euro. Das war so, hä? Aber warum... Also erstens... Erstens stelle ich mir die Frage, warum, ähm, muss ich als erfolgreicher Influencer, äh, wo meine Videos eh schon gut geklickt werden und mein Content eigentlich echt geil ist, äh, so eine Scheiße nutzen als Clickbait? Warum das Titelbild? Warum der Titel? Sag ich so, okay, Clickbait ist ja offensichtlich. Heutzutage machen viele Clickbaits, okay. Aber das ist so, der fuck, er hat das doch eigentlich gar nicht nötig. Er macht doch guten Content. So, und das habe ich halt, äh, auch auf Twitter verfolgt, weil ich bin ursprünglich auf Twitter darauf aufmerksam geworden. Und da habe ich halt öfter gelesen, dass er anscheinend öfter sexistische, äh, Kacke äußert. Ähm, hab mich noch ein bisschen reingelesen. Hab das dann auch geteilt auf Twitter, ähm, mit dieser Stelle, wo er das sagt. Und, ähm, hab die Kommentare gelesen. Und die Kommentare, die haben mich so hart schockiert, weil, ähm, es sind, es sind, ähm, ursprünglich alles nur Männer, wo ich das lese, die schreiben, das ist doch nur Spaß. Man kann sich auch anstellen, ähm, wie kann man denn bitte so hart aus einer Mücke einen Elefanten machen? Ähm, das ist doch nur ein Joke. Ähm, finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm. Schlimmer sind die, die meinen, die Frau aufsuchen zu müssen, um sie zu beleidigen oder ähnlichen Shit. Auch wenn es für viele keine Rechtfertigung ist, aber es war am Ende des Tages ein Witz. Wo ist denn das, also, es ist ein Unter-, man muss dazu auch differenzieren, es ist ein Unterschied, ob man es jetzt privat sagt zu seinem Kumpel, ist jetzt auch nicht so geil. Oder ob ich ein Influencer bin mit einer massiven Reichweite und das auch exklusiv ausnutze zum Clickbaiten und meine Zuschauerschaft, äh, dazu auch noch animiere, das zu verharmlosen und das zu verbreiten. So, sehe ich, ich sehe da einfach keinen Sinn dahinter und ich finde das, ich finde das einfach nur saufrech. Und, ähm, viele meinten, ja, vielleicht äußert er sich ja noch dazu, vielleicht wird er noch sich entschuldigen oder so, etc. Ähm, nee. Äh, es kam dann auf Instagram eine Frage, warum so respektlos und sexistisch, hashtag Fickificky. Und er schrieb, wer das als sexistisch und respektlos empfindet, ist auf meinem Kanal falsch. Und ein paar Tage später hat er dann noch ein Bild gepostet in der Insta-Story, wie er einen Stinkefinger in die Kamera hält, ähm, mit, äh, aus Daumen und Zeigefinger ein Loch macht, äh, den Finger da durchsteckt und einen 5-Euro-Schein zwischen Zeigefinger und Daumen hält. Also dieses Fickificky-5-Euro-Ding. Einfach nur, einfach nur zur Provokation. Viele feiern das natürlich und sagen, ja, der Typ ist ein Macher, jawoll, der zieht das durch, der hört nicht auf die Twitter-Hate-Bubble. Äh, weiß ich nicht. Also ich finde das schockierend, dass viele sagen, das ist nicht schlimm. Warum macht man jetzt aus einer Mücke einen Elefanten? Warum ignoriert man das nicht einfach? Das Ding ist, warum sollte man sowas ignorieren? Und im Grunde schaukelt er sich da auch selber rein, weil er es entweder nicht gut sein lässt, oder weil er einfach nicht sagt, ja, war scheiße von mir, muss ich jetzt nicht unbedingt in so ein Video reinpacken. Weiß ich nicht. Also erstmal, äh, das Thumbnail scheint weg zu sein. Das ist weggemacht worden, ja. Also hat er ja was dagegen gemacht? Scheinbar. Also irgendwie so in die Richtung. Kannst du das Ursprüngliche? Jaja. Okay. Also das ist ja weg. Ja. Das heißt, irgendwo ein bisschen Einsicht war ja scheinbar vorhanden. Fangen wir mal ganz weit, machen wir mal dieses ganze, dieses Pferd, zauen wir das mal auf. Also. Ja. Erstens mal muss generell, um auf dich heute aufmerksam zu machen, sehr viel Traktion vorhanden sein. Das ist so ein Ding, das schafft Traktion. Punkt. Erstens. Das heißt, für viele ist es attraktiver, sich daneben zu benehmen in der heutigen Zeit und dadurch Traktion zu generieren und dann später das einzusehen. Nochmal rein zu provozieren hilft auch, weil Menschen reden noch mehr darüber und es generiert noch mehr Traktion. Punkt. Das, was wir jetzt gerade machen, schafft auch Traktion für Fritz. Ja. Punkt Nummer eins. Was, was die Situation eh immer schon so ein bisschen winky wonky macht, weil eins, äh, ein Gespräch jagt das andere, Argumentation und so weiter und so fort. Punkt. Dann kommen wir mal, kommen wir mal zu dem Fall, dass ein erwachsener Mann das als witzig empfindet. Das kannst du als erwachsener Mann witzig finden, dann lebst du aber in einer alten Zeit. Punkt. Das bedeutet, dass du dich mit der heutigen Zeit noch nicht wirklich großartig auseinandergesetzt hast. Und, äh, ich glaube nicht, dass, äh, Fritz sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, wobei meine Vermutung ist, dass das da, wo Fritz herkommt, normal ist. Und ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, es ist altes Denken. Wer das damit abtut, dass es witzig ist, nachdem er darauf aufmerksam gemacht wurde, zu sagen, das ist mein Humor, dann hast du auf meinem Kanal nichts zu suchen, ist sehr, sehr engstirnig. Ähm, wir lernen ja nun mal mittlerweile heutzutage alle was voneinander und, äh, wollen ja auch alle was voneinander lernen und wir entwickeln uns ja auch alle weiter. Das, was dort passiert, äh, war halt früher normal, sollte heute aber nicht mehr normal sein. Natürlich ist immer so eine Frage, was ist Comedy oder was ist witzig und was geht unter die Gürtellinie, was geht nicht unter die Gürtellinie. Wenn dir mehrere tausend Menschen sagen, dass das vielleicht ein bisschen problematisch ist, was du da gerade machst, dann, äh, kannst du dir darüber ja Gedanken machen und das umformulieren. Und zumindestens ein bisschen Einsicht zeigen. Sich so zu verhalten als Mann heutzutage ist super primitiv. Da auf deinem Kanal nicht steht, dass du ein fucking Comedian bist, dann, äh, wird's schon ein bisschen kritisch. Wenn zum Beispiel eine Mayo Bart oder wie sie auch alle heißen sich auf eine Bühne stellt und solche Witze machen, können Leute einordnen, wo das hingehört. An dieser Stelle kann bei Fritz niemand einordnen, wo das hingehört, außer er ist Hardcore-Fritz-Zuschauer. Das heißt, dein Witz und dein Humor kann niemand einordnen. Das heißt, wir gucken uns da jetzt einen erwachsenen Mann an, der, glaube ich, weit über 30 ist, der Fikki-Fikki für 5 Euro nach draußen knallen. Herzlichen Glückwunsch, Fritz, du zeigst, dass du ein scheiß Primat bist. Weil, bei dir steht nicht dran, dass du ein Comedian bist oder irgendwer in die Richtung und deklarierst das in der Form. Deine Deklaration, die dort stattfindet, ist halt einfach, das ist mein Humor und das war's. So, aber was willst du denn damit jetzt, also was willst du damit bezwecken, so? Was willst du damit bezwecken, dich in einer Zeit, wo sowieso sich das Bild der Frau in der Gesellschaft wandelt und mehr Anerkennung bekommen? Natürlich an manchen Stellen zu extrem, weshalb es ja auch immer die anderen Extreme geben muss, die dagegen sind. Was bringt dir das, Fikki-Fikki 5 Euro an den Mann zu bringen? Mit deiner Reichweite. Du könntest mit deiner Reichweite was Sinnvolleres anstellen und eventuell für die Rolle der Frau oder für gesellschaftliche Anerkennung der Frau kämpfen. Oder dich dafür mit einsetzen, stattdessen machst du einen plumpen Witz, der in den 90er vielleicht mal witzig war. Der Fikki-Fikki 5 Euro ist für mich derselbe Witz wie Ladyboy-Witz in Thailand. Das ist genau derselbe Witz. Er war mal witzig, na klar. Er ist aber auch schon komplett ausgenudelt und ausgelutscht. Und das ist halt, an dieser Stelle fehlt die Weitsicht halt. Die Weitsicht von Menschen, die zum Beispiel in den Kommentaren schreiben, ja Mensch, das ist doch ein Witz. Maga, du bist keine Frau. Du hast einfach mal, und jetzt entschuldigt bitte, da fahre ich wieder hoch, du hast einfach mal deine Fresse zu halten, weil du bist keine Frau. Du weißt nicht, wie sich das anfühlt, den ganzen Tag wie so ein scheiß Objekt zu behandelt werden. Das weißt du nicht. Du hast gar keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie eine Frau sich auf Dating-Plattformen fühlt, auf Instagram, auf Social Media oder geschweige denn in irgendwelchen Online-Rubriken. Hast du gar keine Ahnung von. Also halt doch einfach deine Fresse. Und du hast nicht zu entscheiden, ob das schlimm ist oder nicht, sondern das Individuum, was sich davon angesprochen fühlt. Ergo, solche dämlichen Kommentare darunter zu schreiben, es war doch ein Witz. Das weiß kein Mensch, dass das ein Witz ist. Und wenn die da, 42, früher auf dem Bau gearbeitet, Frauen hinterher pfeifen möchte und das für ihn früher normal war, heißt das nicht, dass das heute cool ist. Auch du kannst dich benehmen. Und auch du kannst feststellen, dass die Etikette und zwischenmenschliche Beziehungen sich in der heutigen Zeit immer noch ändern und weiterentwickeln. Weil irgendwann müssen wir uns mal auf einer Augenhöhe begegnen. Und das findet aber auch nicht statt. Und das geht auf der anderen Seite, also das kannst du sowohl Beispiele für Frauen als auch Männer geben. Wir sind so weit voneinander entfernt, dass so viele Dinge cool sind, so viele Dinge relativiert werden, die völlig bescheuert sind. Und etwas zu relativieren, was ein Influencer oder ein Content Creator, nur weil er eine Million von Gefolgschaft hat, zu relativieren, ist total bescheuert. Und das ist ein Verhalten, was wir relativieren und gut finden, was heute nicht mehr stattfinden sollte. Denn das ist fucking Sexismus. Das ist fucking Sexismus. Und die Reaktion darauf, dass das nur ein Spaß ist, bist du genau so ein Scheißsexist. Und davon können wir uns alle übrigens nicht freisprechen. Auch ich mache Fehler, die in solche Richtungen gehen. Ich kann mir aber auch eingestehen und sagen, okay, ich habe verstanden, dass das für dich auf deiner Seite nicht cool war. Ich mache mir darüber Gedanken und dann gehen wir woanders hin. Und das heißt auch nicht, dass wir im Endeffekt, weil die Kommentare kann ich mir schon denken, dann haben wir irgendwann keine Ecken und Kanten mehr und sind nur noch geleckt. Doch, wir haben immer noch alle Ecken und Kanten. Wir haben aber gelernt, unsere Ecken und Kanten vernünftig zu kommunizieren. Und sich so zu geben, es tut mir wirklich leid, ist halt Bullshit. Sowohl die Kommentarsektion als auch Fritz persönlich. Und da fehlen, glaube ich, auch einfach Gespräche mit Menschen, die ein bisschen mehr Weitblick haben, was das verursacht. Denn das verursacht nämlich genau das, dass wo Frauen, also wirklich Frauen, nicht extreme Feministen, sondern wirklich ganz normale, durchschnittliche, wie auch immer ihr die bezeichnen wollt, Frauen für kämpfen, seit vielen, vielen Jahren, dass diese Scheiße irgendwann aufhören. Und das ist nämlich auch an der Stelle schon wieder fucking Objektifizierung. Weil solche Witze hören wir über Männer beispielsweise nicht. Hören wir nicht. Warum sind sie da? Ja. Ist halt in meinen Augen mal wieder ein Thema, was absolut nicht zu irgendetwas beiträgt, sondern nur Traktion erzeugt, mehr nicht. Und dabei kommt nichts rum, weil sich nicht wirklich viele Menschen darüber austauschen, was da eigentlich das Problem dran ist. Oder ich bin auch an dem Punkt, wo ich, ich möchte gar nicht mehr über sowas reden. Weil für mich ist das Normalität, so etwas einer Frau nicht hinterherzurufen. Und ich bin auch, und da sage ich immer wieder, ich bin auch nur ein scheiß Primat. Ich bin wirklich ein Primat. In der Kiste gehst du mit mir ins Schlafzimmer, bin ich einfach ein scheiß Primat. Aber wenn ich das verlasse, habe ich mich dementsprechend zu verhalten und zu benehmen. Und diese Benehmenregeln oder diese Benehmenregeln, die gibt es übrigens schon seit vielen, 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 vielen tausenden Jahren. Nur weil Menschen diese Regeln brechen, heißt das nicht, dass das Normalität ist. Und das sollte nicht Normalität sein. Weil eine Frau muss sich nicht dafür schämen, dass sie in der Hotpants oder mit Hotpants über die Straße läuft, weil sie sich einfach so attraktiv kleiden möchte, weil sie sich so wohl fühlt. Weil wenn Dieter mit seinem hässlichen Scheiß-Schmierbauch am Grill steht und damit seine Nachbarn belästigt, geht auch keiner zu Dieter hin und sagt, ihr solltet ihr ein T-Shirt anziehen. Und so weit denken Menschen gar nicht. Sie denken gar nicht so weit, dass sie tagtäglich genau denselben Scheiß machen, aber dafür nicht am Pranger gestellt werden. Und das ist einfach fehlende Weitsicht und Reflexion von Menschen. Also lasst doch bitte Frauen, Frauen sein. Weil ihr Eierkörper da draußen, Entschuldigung, dass ich das so sage, weil ihr Eierkörper da draußen wollt am Ende auch nur da ran und ficken. Und genau deswegen sagt ihr das auch genau so. Und das hat keine andere Bewandtnis, eine Frau auf ihre Äußerlichkeiten so zu reduzieren. Schön, dass ihr Primaten seid. Das ist wirklich wichtig, dass wir Primaten sind, weil sonst können wir uns nicht fortpflanzen. Aber doch nicht so. Man kann auch einfach im Stillen den Anblick genießen und die Fresse halten. Weil nämlich genau dadurch macht ihr diesen Anblick kaputt. Weil ich möchte nämlich gerne, und das sage ich jetzt hier auch einfach, ich möchte gerne Jen in Hotpants rumlaufen sehen. Und ich sage das jetzt bei Jen, weil ich weiß, dass sie versteht, was ich damit sagen will. Ich möchte das gerne so sehen, weil ich das unglaublich schön finde. Weibliche Attraktivität. Aber ich komme nicht auf den Trichter hier zu sagen, ficki, ficki, fünf Euro. Ja. Nee. Lass das doch einfach gut sein. Es ist nicht mehr 90er so. Wir sind weiter. Wir sind schon viel weiter. Ja. Ja. Ich kann dafür nicht hier mal die Kommentare durchlesen. Das ist echt unangenehm, ne? Ist halt eine geile Alte. Was will man machen? Das macht ihn mir noch sympathischer. Geiler Typ. Die sah aber echt geil aus. Ich frage mich, was das halt für Menschen sind. Das sind Menschen, die weniger Dialoge darüber führen. Sie unterhalten sich nicht mit Frauen. Und wenn, pass auf. Es gibt folgendes Szenarien. Das ist so mein Kenntnisstand, den ich so gesammelt habe. Und ich habe mich schon wirklich mit einigen Menschen unterhalten. Und Frauen. Frauen vom Dorf beispielsweise. Oder aus bestimmten Szenen. Sagen wir einfach mal zum Beispiel mal die Autoszene. In der Autoszene ist es relativ normal, eine Frau zu objektifizieren. Dass sie auf der Motorhaube liegt, dass sie sich knapp kleidet, enge Kleider anhören. Diese Frauen, möchte ich nicht sagen 100 Prozent, viele stehen da drauf. Deswegen sind sie in dieser Szene. Auch. Sie mögen Autos. Das spielt alles so einher. Frauen vom Land zum Beispiel verkörpern dieses typische weibliche Bild. Mann kommt nach Hause, ich mache Essen, kümmere mich um den Haushalt, sehen aus wie absolute Sexgranaten. Die kannst du zu Hause, kannst du Hose runterziehen und kannst losballern. Das sind richtige, also das sind so, wie soll ich das sagen, Working Moms. Die kriegst du auch nicht klein, so sind die groß geworden. Frauen aus der Stadt beispielsweise sind mehr aufgeschlossener, mehr, also sie wollen so nicht behandelt werden. Sie sind im Zahn der Zeit. Und so kommen halt Menschen, sagen wir mal Männer beispielsweise, die auf dem Land wohnen, für die ist dieses primitive Verhalten vollkommen okay, weil deren Frauen dort das dulden. Das heißt aber nicht, dass alle Frauen das so machen. Nur weil ich beispielsweise mal jemanden gedatet habe, der vom Land kommt, ist das für mich nicht Normalität, dass meine Frau abends für mich Essen macht und geschweige denn Sex hat, wenn ich das möchte. Und das verstehen Leute einfach nicht, dass wenn sie in ihrer Bubble gefangen sind, nicht über diese Bubble hinaus denken können. Weil das, was du dort erfährst, ist nicht die Normalität, weil Normalität gibt es nicht in der Vielfalt von Menschen, die auf der Welt existieren. Und deswegen fehlt den Menschen in dem Moment die Weitsicht herauszufinden, warum das gerade ein Problem darstellt. Weil nur, weil das bei Fritz normal ist und das bei Frauen, es gibt Frauen, die das mögen würden, das heißt aber nicht, dass 99,9% aller Frauen darauf stehen. So und das ist hier so dieses zwischenmenschliche Ding auf Augenhöhe, wenn du rausfindest, dass das cool ist bei der Frau, kannst du das machen. Wenn andere Frauen sich dadurch angegriffen fühlen oder andere Menschen, dann kannst du das nicht machen. Und dann ist auch nicht, hab dich mal nicht so oder mach mal dies nicht oder mach mal das nicht. Nee, halt dein Maul. Wenn dir jemand sagt, dass der das scheiße findet, dann findet der das scheiße. Wenn du in einer Situation bist, wo du etwas Kacke findest, wenn dein Freund die ganze Zeit zu dir sagt oder dein Kumpel zu dir sagt, du bist ein dreckiger Hurensohn und der dir sagt, das ist doch bei mir normal, ich komme aus dem Internet bei League of Legends, sagen wir mal Hurensohn und dich stört das, setz dich mal in diese Situation rein. Lernt euch mal, euch in die Situation zu versetzen des jeweiligen Menschen, der sowas beispielsweise am Prangel stellt. Also, setzt euch mal in die Situation von Jen, warum Jen das stört und versucht das mal rauszufinden. Und das ist nämlich Empathie und Empathie fehlt Menschen. Und deswegen kommen solche Kommentare wie, du hast ja auch eine geile Alte. Schön. Natürlich kann sie total schön aussehen und eine geile Alte sein. Absolut. Na klar. Heißt aber trotzdem nicht, dass du da hingehen kannst und sagst, Fiki, Fiki, fünf Euro. Halt dein Maul. Respekt. Du willst Respekt haben, also verteile den Respekt auf. Wenn du nicht respektiert werden möchtest, halt deine Fresse. Und Respekt ist nicht einfach irgendein hingeschissener Blödsinn, der in der Rap-Szene gesagt wird oder im Ghetto, sondern Respekt ist nämlich was zum Anfassen. Und das sollte jedem entgegengebracht werden. Und wenn du das nicht kannst, solltest du dich und dein Dasein überdenken. Und Respekt definiert übrigens jeder anders. Und jede Frau definiert das anders. Und jeder Mann definiert das anders. Wenn du aber zusammen funktionieren willst, solltest du dich darüber unterhalten. Weil das nennt sich nämlich Kommunikation auf fucking Augenhöhe. Sehr gut. Gut. Entschuldigung für die Wörter. Hier können wir das sagen. Ja, safe space. Hier dürfen wir das. Ja, also, ja. Okay. Okay. Wie fühlst du dich denn dabei? Also jetzt mal, damit das, vielleicht hilft das ja irgendwie. Wie fühlst du dich dabei, wenn jemand beispielsweise sowas zu dir sagen würde? Zu mir? Ja, einfach nur zu dir. Wie wäre das für dich in der Situation? Wie so ein, wie so ein, boah. Ja, ich fühl mich halt einfach wie so ein Objekt, was halt kein Individuum ist mit all meinen, weiß ich nicht, coolen Eigenschaften oder so, sondern einfach nur als Ding. Ich meine, klar, jetzt werden viele wieder denken, ja, aber die hat doch Onlyfans gemacht. Die hat doch, äh, oberkörperfreie Bilder gemacht. Ja. Da ist es auch so, also, das ist auch ein großer Irrtum übrigens. Man ist nicht die ganze Zeit horny, wenn man solche Bilder macht. Ja, das habe ich nämlich ganz oft die Frage gestellt bekommen. Wenn man solche Bilder macht, dann ist man eigentlich die ganze Zeit horny. Nee. Also, es ist auch so gewesen. Ich habe da was gegessen, Bilder gemacht, Bilder, Bilder, weiter gegessen. Also. Aber, das ist was anderes. Erstens, es war damals mein, mein, mein Job sozusagen. Und es hat mir Spaß gemacht, äh, mich ästhetisch darzustellen. Und, ähm, da war es auch so, da hast du auch diese Haltung, so dieses, ja, es ist mir, also, du weißt halt, was da auch kommt. Und du weißt auch, dass die, äh, dass die Menschen dich auch angucken und sich wahrscheinlich dabei auch selbst befriedigen und dabei auch Gedanken haben. Okay. Aber, ich im Alltag, ähm, ziehe mir ein schönes Kleid an, denkst du, ja, siehst süß aus, okay, lass go, geh raus einkaufen. Und da kommt da so eine Scheiße und ich denk mir dann, weiß nicht, du fühlst dich einfach, du fühlst dich, in dem Moment fühlst du dich einfach dreckig. Du fühlst dich einfach eklig. Angeekelt. Unbeschreiblich widerlich einfach. Es ist, es ist einfach nicht schön. Es ist einfach so unangenehm. Ich weiß noch, ich hatte damals, äh, war ich im Schwimmbad gewesen, ähm, da hatte ich einen Freund mit dabei gehabt. Und da war einer, der, ähm, ist, äh, die ganze Zeit hat eine Taucherbrille angehabt und hat mich die ganze Zeit so heimlich so unter dem Wasser so immer beobachtet. Und ich hab das halt gemerkt. Das war so, ja, okay, lass mal ein anderes Becken gehen. Und er kam immer hinterher. Ist egal, wie oft ich das Becken gewechselt habe, ist er mir hinterher gekommen. Und dann letzten Endes, äh, sind wir dann in den Whirlpool gegangen und, äh, ähm, mein Freund meinte damals so, ja, wenn er jetzt kommt, dann mach ich eine Ansage. Und dann ist er wirklich in diesen Pool hinterher gekommen. Dann hat er eine Ansage gemacht. Dann ist er, dann hat er gesagt, ja, sorry. Und dann ist er gegangen. Ich hab dann aus Instinkt so angefangen zu weinen. Ich kannte das nicht, weil ich hab immer gedacht, okay, ist er eigentlich, ist es, weiß ich nicht, ich hatte das noch nie gehabt. Das war mein erstes Mal, wo ich so richtig damit in Berührung kam. Also, ich hab instinktiv, als er weg war, so angefangen zu weinen, weil ich war die ganze Zeit unter Spannung. Da war jemand, der mich die ganze Zeit beobachtet hat. Und ich hab mich einfach so eklig einfach gefühlt. Ich kann das nicht so richtig beschreiben. Es war einfach sau unangenehm. Sodass auch mein Körper instinktiv angefangen hat zu zittern, als er weg war. Und ich hab angefangen zu heulen. Ist einfach sau unangenehm. Würdest du sagen, das ist heute auch noch so? Also, ich sag mal, dadurch, dass... Ja, du hast ja, du willst ja wahrscheinlich mehr als genug DMs haben, oder? Ja. Aber was, was, was meinst du? Na, wie, wie ist das Gefühl dabei? Wenn ich die ganzen DMs kriege und Penisbilder und sowas? Mhm. Ich bin sehr abgestumpft und das ist das Schlimme daran. Es ist... Ich finde, keine Frau sollte, äh, in dem Sinne abgestumpft sein und sagen sollen, ich bin's gewöhnt, dass mich die Männer die ganze Zeit anmachen, obwohl ich's eigentlich gar nicht will. Obwohl's gar nicht meine Absicht ist, sie irgendwie jetzt, äh, absichtlich in, äh, einen erigierten Zustand zu bringen. Oder dass sie mich super geil finden. Das ist einfach nicht meine Absicht. Ich hab da keinen Bock drauf. Wenn ich Penisbilder seh, dann denk ich so, ja, okay, noch ein Penisbild. Okay, ja, cool. Ist mir eigentlich egal. Dabei soll man aber eigentlich nicht so abgestumpft sein. Aber es ist mir mittlerweile wirklich egal. Also, ich hab's mehr als öfter, wenn ich draußen bin. Jetzt gerade im Sommer wieder. Im Sommer ziehst du dich einfach knapp an. Es war letztens, wo, wo, wo Milchbaum da war. Wir waren drei Stunden draußen und es war, äh, die ganze Zeit, es war out von Autohufen bis Fahrradklingeln, bis Pfeifern hinterher, bis Anstarren. Es war unglaublich. Es war wie, wie in so einem Wildtiergehege und du bist da das, äh, Stück Fleisch in der Mitte von ganz vielen Wölfen. Schrecklich. Weird. Also, es ist nicht so, dass es uns so richtig angegriffen hat oder so, aber halt, weil wir es einfach gewöhnt sind. Aber es ist unangenehm trotzdem. Du kannst nicht in Ruhe rausgehen. Du weißt, du weißt schon, in dem Moment, wo draußen 36 Grad sind, du dir dein Outfit zurechtlegst, du dich anziehst, du dich ein bisschen schminkst und du vom Spiegel stehst und denkst, ich geh jetzt raus. Hast du, oder ich zumindest, im Hinterkopf, naja, mal gucken, da kommen heute bestimmt wieder ein paar Männer, die wieder gaffen oder die wieder einen anpfeifen oder einen respektlos, äh, geil, äh. Du weißt es einfach schon. Du musst dich darauf einstellen, dass das passieren wird. Das ist einfach nervig. Es ist, es ist nervig. Ja. Provokante Frage jetzt. Warum ziehst du dich denn so an? Weil es warm ist. Du könntest dich ja auch anders anziehen. Also erstens ziehe ich mir ja, ich nehme mir ja kurze Klamotten raus, weil es, wenn draußen 36 Grad sind, ziehe ich keine lange Hose an. Erstens das. Und zweitens, ich lieb's einfach, mich schön anzuziehen. Ich lieb's einfach, mich in den Spiegel anzugucken und sagen, oh, das sieht schön aus. Ja, so kannst du jetzt rausgehen. Ja, cool. Dann weiß ich, ich sehe gut aus so. Aber es ist nicht meine Absicht. Es ist nicht meine Absicht, dass ich, dass mir hinterher gefiffen wird oder ich eklig angesprochen werde oder irgendwie so in die Richtung. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, oh, das ist eine attraktive Frau da. Ich kann ja mal versuchen, sie anzusprechen. Okay. Okay. Ich hab das auch, wenn, es gibt auch, es gibt, es gibt durchaus auch sehr respektvolle Männer, die zu mir kommen und mich ansprechen. Hey, äh, du bist mir aufgefallen. Ich wollte dir nur sagen, du siehst wirklich gut aus. Und dann sag ich, danke schön. Danke. Okay, das ist voll legitim. Das ist so schön. Dann geh ich weiter und es ist, okay. So. Aber ich muss mir nicht, ich muss mir nicht gefallen lassen, dass ich mich hinterher pfeifen lasse oder es aus irgendwelchen Autos hupt oder so richtig auch so feige und so, so billig auch so. Nee. Das ist so dieses pure Sex-Objekt-Ding. Ja. Tja, jetzt können sich die Männerwelt da draußen mal darüber Gedanken machen. Und das hat übrigens auch nichts mit Frauenversteher zu tun. Falls jetzt der Nächste kommt wieder mit Frauenversteher schreit, das ist Blödsinnig. Das nennt man einfach Scheiß-Empathie. Hm. Diese Frage solltet ihr übrigens öfter, also nur mal, nur so ein nett gemeinter Rat von mir, diese Frage solltet ihr, oder solche Fragen solltet ihr öfter mal euren Freundinnen stellen. Oder eventuell Frauen, mit denen ihr vielleicht im Internet mal zockt. Die Fragen, um das zu verstehen. Ja. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ja. Ist übrigens auch ein netter Türöffner, um Menschen kennenzulernen. True. Ja, schön. Ja, dann schickimicki fünf Euro, würde ich sagen. Ja. Am Arsch, ey. Das ist ja der Folgenname heute. Schickimicki fünf Euro. Da seh ich uns. Seh ich uns. Da seh ich uns auch mal sowas von. Schwierig. Also eine zwischenmenschliche Konstellation ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das Internet macht das halt, äh, das Internet macht das Ganze auch noch viel komplizierter. Weil zu viele Ansichten, weil zu viele Ansichten herrschen. Andersrum ist, also weißt du, andersrum hast du genau so einen Blödsinn. Diese zum Beispiel jetzt gerade aktuelle Bewegung, äh, er ist eine Zehn, aber... Das verstehe ich nicht. Was ist das? Wo kam das her? Ich weiß nicht. Das sind, glaube ich, weißt du, das... Es treffen immer frustrierte, ich glaube, es treffen immer sehr frustrierte Welten aufeinander. Und die kommunizieren das nach außen. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Frau, die beispielsweise schlecht behandelt wurde. Mhm. Weil, hat er auch nicht gerade irgendwann keinen Bock mehr gehabt oder was auch immer. Was für eine Konstellation auch immer da stattgefunden haben kann, so. Ob sie selber das Problem war, unreflektiert ist oder er wirklich keinen Bock mehr hat oder er einfach ein Arschloch ist. Und dadurch entstehen solche komischen Trends bei Instagram. Und was Leute halt immer nicht verstehen, ist, dass die irgendwann in diesen Bubbles gefangen sind. Also zum Beispiel, er ist eine Zehn, aber wenn du dir davon 20 Videos am Tag anguckst, ist dein Algorithmus so aufgebaut, dass du nur noch solche Sachen kriegst. Das heißt, wenn du dir mal überlegst und du ziehst den ganzen Tag sowas rein, schaffst du in deinem Kopf irgendein Bild, warum du jemanden nachher irgendwann nicht mehr in deinem Leben haben willst. Also beispielsweise, er ist eine Zehn, aber er fährt kein Mercedes. Oder er ist eine Zehn, aber hat ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Oder er ist eine Zehn und hat weibliche Freundinnen. Genau. Oder er ist eine Zehn und er geht nicht feiern. Diese ganzen Dinge. Ja. Und du hast diese Respektlosigkeit, die gegenüber Frauen da ist, in Form von Figgi-Figgi 5 Euro, hast du genau dieselbe Respektlosigkeit von Frauen, die es nur anders verpacken und nicht aufs Äußerliche gehen. Und so hast du mittlerweile durch Social Media Welten, die sich einfach nur noch bekriegen. Und die Leute sind mittlerweile wirklich so bescheuert in ihren Köpfen, dass du dich nicht mal mehr normal unterhalten kannst. Es ist nahezu unmöglich, also jetzt aus der Männerperspektive, als durchschnittlicher Mann irgendetwas geschissen zu kriegen. Und andersrum als Frau, genau dasselbe. Du hast als durchschnittliche Frau, die wirklich jetzt, sagen wir mal, kein Social Media benutzt oder so, keine Chance. Wir sind wirklich durch Social Media, was das angeht, sind wir so gefickt, aber komplett. Weil Leute, weil Menschen sich so viel Scheiße einreden, den ganzen Tag in ihren Bubbles, du wirst wahnsinnig dadurch. Und wenn du die nicht durchbrechen kannst, hängst du einfach in so einem, du hängst einfach in einem Hamsterrad fest. Das ist dasselbe Beispiel, was ich vorhin meinte mit dieser, auf dem Dorf leben und in der Stadt leben. Das ist genau dasselbe in grün. Und das stellt euch jetzt mal vor, mit 5 Liter Spiritus drinne, das ist Internet. Deswegen sind ja auch Bücher und sowas so geil, weil das etwas ist, was außerhalb deiner Bubble stattfindet und dir vielleicht noch einen Lichtblick auf was gibt, was du noch nicht so wahrgenommen hast. Das ist super wichtig übrigens. Ja. Also Menschen, Social Media wird auf Algorithmen gebaut so. Und der Algorithmus ist da, um dir das zu geben, was du willst. Ja. Ich kriege zum Beispiel aktuell nur Breakup-Videos die ganze Zeit bei TikTok. Und ich denke mir immer so, was willst du mir denn damit sagen? Was willst du mir mit diesen, und es gibt so unfassbar viele verschiedene Ansichten zu allmöglichen Scheiß. Ja. Nimm einfach nur, das beste Beispiel ist immer, if they would, ne, if they could, they would. Also wenn sie es wollen würden, würden sie es tun. Ja. In diesem Breakup-Ding zum Beispiel. Das ist die eine Sache, die dir ganz, ganz viele Menschen im Social Media-Ding gerade predigen. Weil es die einfache Variante ist, dich davon einfach zu lösen. Es gibt aber auch Konstellationen im Leben, wo Menschen das einfach nicht können. Weil sie selber so gebrochen sind, dass sie dir nicht das geben können, was sie dir geben wollen. Dazu beispielsweise, wenn du dir zu diesem Satz das Buch anhörst, die fünf Sprachen der Liebe, wirst du verstehen, warum manche Menschen das nicht können. Das heißt also, if they would, ne, if they could, they would. Ist völlig unnötig. Und so redest du dir aber auch einfach nur ein, sie wollen dich nicht haben, weil sie es nicht machen. Was aber völliger Quatsch ist, weil sie können es nicht, weil sie es nicht können. Und das ist so ein Ding von Empathie, was flöten geht durch diese 30 Sekunden Schnippets, die du den ganzen Tag, äh, die du den ganzen Tag vorserviert kriegst, auf deinen Geschmack hin. Das heißt, du kriegst den ganzen Tag, wenn du auf Lakritze stehst, kriegst du den ganzen Tag nur Lakritze. Wenn du den ganzen Tag nur Lakritze kriegst, hast du, irgendwann bist du einfach abhängig von fucking Lakritze, obwohl es viele andere schöne Dinge auf der Welt gibt. Okay, die Analogie ist scheiße. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Lasst euch nicht in solche, solche, solche Dinger, also gerade auch, wenn, wenn, wenn ihr solche Kommentare lest. Was mir, was mir beispielsweise bei sowas immer hilft, ist, aus meinem Körper rausgehen und die, äh, die Situation von außen betrachten. Was, was mir dabei immer geholfen hat, ist, dass, das ist übrigens sehr schlimm, wenn Menschen das sagen, wenn Menschen an diesem Punkt sind, it is what it is. Nehme Dinge, also nehme die Dinge nicht so, wie du sie willst, sondern so, wie sie sind. Ja. Wenn du an dem Punkt irgendwann angekommen bist, bist du, bist du ein sehr gefährliches Individuum im Übrigen. Dann bist du wirklich an einen Punkt gekommen, wo du genau das siehst, wie es ist. Ja. Und dann wird es gefährlich. Weil dann bist du schon, bist du viel weiter als viele, 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 sehr viele Menschen da draußen. Ja, den Satz benutze ich zum Beispiel gefährlich oft. It is what it is? Mhm. Ja. Dann bist du aber auch an dem Punkt, wo du die Sachen halt, wie gesagt, du siehst sie so, wie sie sind. Mhm. Und nicht, wie du sie gerne sehen möchtest. Ja, ich muss ja, weiß nicht, es gibt so oft Situationen, wo, was eigentlich ziemlich dramatisch ist, und die Menschen in meinem Umfeld sagen dann halt so, ja, aber warum, warum, warum machst du denn nichts dagegen, oder? Und ich sage so, it is what it is, was soll ich denn jetzt so viel Zeit und Energie in was investieren, was ich vielleicht gar nicht ändern kann, ist halt so. Und was soll ich, was soll ich mich jetzt noch da aufregen, traurig machen oder irgendwas? Ist halt so. Jo. Ja. Das ist schön, weil es lebt sich sehr angenehm damit. Voll. Ja. Ah, voll. Es könnte auch schwierig werden. Ja, klar. Also gerade zum Beispiel, wenn wir das Thema Freundschaft nehmen. Mhm. Wenn du zwei Menschen hast, also du und ich beispielsweise. Ja. Wir würden beide nicht dafür kämpfen, dass wir Freunde bleiben. Würden wir nicht. It is what it is. Es ist, it is what it is, wenn jemand jeden Weg geht. Wenn es so nicht sein soll, dann, ja. Also, das ist halt auch, wenn du nimmst einfach, du kannst ja auf alles transportieren, wo es eigentlich sich manchmal lohnt zu kämpfen. Ja. Du kämpfst nicht mehr. Du gehst einfach. Ja. Ja. Super gefährlich. So oft, wenn, wenn, wenn Menschen in meinem Umfeld wegen irgendwas richtig Drama schieben oder so richtig, oh mein Gott, das ist so schlimm, keine Ahnung, ey, ganz banal, richtig banale Dinge. Mega Stau in Berlin, oh mein Gott. Scheiße, wir kommen jetzt zu spät. Und ich so, kannst du jetzt nichts dran ändern? Also jetzt so, sich so drüber aufzuregen. Mö. Gar keinen Bock mehr drauf. Das ist gut. Ich krieg mich gar nicht mehr über Stau auf. Also, ich weiß noch, in Berlin muss ich hierher gezogen werden. Alter, war ich, boah, der ist Stau. Irgendwann so, kannst du eh nichts dran ändern. Wofür jetzt noch den nach vorne hier überholen? Wofür den jetzt noch links und dann hier rechts wieder einscheren? Ach, nee. Das ist nur das Problem, wenn du das so weit meisterst, dass es dir wirklich irgendwann, dass du das bei allem sagst. Ja. Aber es lebt sich entspannt für seinen eigenen Mind. Ich hab das zum Beispiel, und da ist das, glaube ich, sehr gefährlich, wenn Menschen sterben. Oh. Also, das Ding ist, ja, eigentlich, du kannst daran ja nichts ändern. Nein. Aber, boah. Hm. Eigentlich, du schützt dich halt damit. Das bewegt gar nichts bei mir. Es ist, ja, es ist der Zahn der Zeit, so. Wirklich. Ah, das ist böse. Und ich hab dadurch schon sehr viel Ärger gehabt in meinem Leben. Jetzt glaube ich dir. Weil Menschen von mir erwarten, dass ich da... Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja eigentlich, man erwartet ja von dir, dass du traurig bist. Das regt gar nichts, wirklich. Also, wirklich nix, weil es ist der Zahn der Zeit, so. Wir gehen alle irgendwann. Wir gehen alle, gehen wir. Was, wenn deine Katzen jetzt sterben? Dann sterben sie. Die sind auch nicht unsterblich. Aber ist doch trotzdem traurig. Schade. Ist der Zahn der Zeit. Sie haben ein erfülltes und wunderschönes Leben gehabt. Weiß ich nicht. Das ist wiederum, das hab ich ja vorhin gesagt, das ist die Superlative. Ja, da bin ich, nee, also, nee, das kann ich mir auch nicht nachvollziehen. Also, ich kann diesen Gang dahinter verstehen, weil du kannst daran halt nichts ändern und... Ja. Das verstehe ich, ja, aber... Ah, nee. Da will ich nicht hin. Da willst du nicht hin? Da will ich nicht hin. Dann ist das gut. Ja. Da will ich nicht hin. Also, bei mir ist das wirklich leider, also, manchmal sage ich leider, bei mir ist die Akzeptanz halt durch das Leben so weit gekommen, dass bei mir wirklich bei fast allem... Ja. It is what it is. Na gut. Kann ich ja nicht ändern. It is what it is. Da brauche ich ja nicht... Vielleicht ändert sich... Vielleicht kommt das irgendwann nochmal wieder. Man weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht. Doch. Vielleicht bin ich ja wirklich irgendwann traurig, wenn wir keinen Podcast mehr aufnehmen oder so. Vielleicht. Kommt Zeit, kommt Rat. Richtig. Schön. Mit diesen Worten... Mit diesen Worten... Schließt du den Podcast heute. Verabscheuen wir uns jetzt. Ja. Ich muss auch ganz doll auf Pipi. Ah ja, dann mache ich eine ganz langsame Abwohnung. Oh ja, geil. Also, danke schön, dass ihr mal wieder so fleißig heute eingeschaltet habt in der neuen Folge von Generation Z an diesem wunderschönen Montag. Montag ist der neue Start in eine neue Woche. Jede Woche wiederholt sich die Woche. Jede Woche wiederholen sich die Wochentage und somit auch der Montag. Aber auch der Freitag, wenn wieder Wochenende ist. Es sind nur fünf Tage, dann ist Freitag und es ist Wochenende. Und in... Oh, jetzt ist er weggegangen. Jetzt sind wir alleine. Wir sind alleine. Mache ich jetzt die Abmoderation alleine? Ich lasse... Ich mache es hier alleine. Freude in der Sonne. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich glaube, ich spreche auch für Dizzy. Habt eine wunderschöne, angenehme Woche. Lasst euch nicht zu sehr ärgern und danke schön fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback, um... In den Kommentaren und in der Bewertungssektion. Wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns diese Woche wieder live auf Twitch bei Dizzy und bei mir. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017